Im Chemnitzer Ortsteil Ebersdorf befindet sich Grütznickels Scheune, eines der schönsten und vor allem traditionsreichsten Restaurants der Stadt. Bis ins Jahr 1642 reicht die Historie des Anwesens zurück. Erst im Jahre 1994 wurde es aufwendig und vor allem liebevoll zu einem Gasthof mit ganz besonderem Ambiente umgebaut. In Grütznickels Scheune, nur wenige 100 Meter von der B169 entfernt, erwartet den Gast ein uriges Ambiente, gepaart mit einer hervorragenden Küche. Die Scheune, in der sich die Gaststätte befindet, ist Teil eines Vierseitenhofes. Auf den Gast warten dabei neben der reichen Auswahl an Getränken und vor allem Speisen auch verschiedene Räume. Neben der mit viel Liebe zum Detail eingerichteten Tenne gibt es auch den Heuboden direkt darüber. Urich gemütlich präsentiert sich dieser Gastraum, der in jedem Winkel und jeder Ecke immer wieder mit Details überrascht. Für private Feierlichkeiten bis zu 35 Personen bietet sich die gemütliche Kutscherstube im unteren Teil von Grütznickels Scheune an. Sie kann für die verschiedensten Anlässe genutzt werden. Bei schönem Wetter kann es sich der Gast auch im Biergarten gut gehen lassen. Auch dieser kann für die verschiedensten Feierlichkeiten gebucht werden. Grütznickels Scheune hält auch verschiedene Sonderaktionen bereit. So gibt es jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ein anderes Special. Neben Räucherfischessen am Dienstag gibt es immer Mittwochs Nachschlag bei Holzfällersteak und Rippchen. Am Donnerstag wartet dann Grütznickels Scheunenpartner auf den Gast. Ein Besuch lohnt sich also immer in Grütznickels Scheune, dem urich gemütlichen Gasthaus in Ebersdorf, mit dem ganz besonderen Ambiente.